Keine Ahnung, ich meine ich bin gar mal Level 25, das Spiel kann eigentlich auch ganz zu Ende sein, obwohl das halt auch zu einer Maps und es geht auch relativ lang, für zwei der Maps acht Stunden, das ist schon relativ lang. So, du verteidigst einfach mal, was geht's dir ab? What the fucking God. Ich glaube das ist ein Boss. Ne, es ist kein Boss. Das wäre der Schlag 3 schlägend, ist es okay. Ach, habe ich mich gerade aus, dass ich mich automatisch bewegt oder was? Was ist so, ich verstehe es nicht. Egal, da war das also kein Boss, sondern einfach nur Random Encounter. Okay, ich verstehe nicht. Stream on, come on. What the fuck. Clean, okay, admin. Okay, was clean. What the fuck. Ja, aber nicht unbedingt damit und mit offenem, naja, mit offenem großen Stall. Das ist nicht so schön. Äh, naja. Für was soll ich das verwenden? Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Warum legt die Stroh rum? Okay, das sind irgendwelche Bretter. Bretter. Wir haben gelernt, den scheiß Mentors Bretter versperren den Weg. Und, ähm, so, das sind jetzt wieder Random Encounter, ne? Wo ist mein... Da. Alter, Wut, was war das für ein Kampf vor Ihnen, ey? Ich habe meine, meine Sachen unnötig rausgeschleudert. Ich habe mich da wieder was kaufen. Ich habe nicht mehr viele... Ach doch, ich habe noch genug Flexfeder. Zaun-Film übrigens aus dem ATP vom Hypergamer 2.000. was ja auch vier stück ist klar lassen fein für dieses fein für die sie 45 unter sechs bereits 1 und 3 und falls eine fantasy super nintendo spritzen was du machst du auf er mich eher warum ich hier alter die geben gute erfahrungspunkte alt und das ist eine steigung von null auf 200 prozent was die geben und level ab und sehr level ab windstoß sei erlernt solche soll das heißen erlernt ice eagle erlernt randorf level 27 27 alt geben die viel oder war das bosse ich glaube nicht dass es bosse waren oder ice eagle spitze eistachel steigen aus dem boden aha was hat die noch gelernt irgendwas anderes solche genau vergiftet alle feine das macht doch schon untergifte oder das macht doch schon untergifte haben wir bekommen ist unten weiter weiß nicht nur einer tun als ein mensch aber das kann mir jetzt gut helfen oder so dieses spiel ist es so rumlaufen egal einmal speed steigerer war in der tour erhöht um eins werden von euch die wenigste geschwindigkeit dann kriegst du das auch wenn das nicht verbringt ein punkt wow geil das bringt immer gemäckert so rein gar nichts ein verdammter punkt vor allem nicht bei den werten hier inzwischen 111 oh mein gott dieses spiel so warum so friedlich musik vor allem in einer kreuzgefährlichen welt so als das ist fünf stück deswegen gar nicht ein bisschen wie viel gegeben klaus level 29 dreierschlag erlernt serie level 29 auferstehung gelernt endlich mal rand auf level 28 rubel 28 so gut was das ist doch nicht so ein goku warum so ein goku warum irgendwelche als spielungen machen warum schon so trottig genug so ein goku 55 mp ein kämpfer der mit ein kämpfer der methodisch und diese beschreibung ein kämpfer der methodisch und ich kalt aha da hat jemand im halben satz wohl vergessen irgendwie klar kopfwee alter das ist natürlich der kopfwee aber ich kriege ich 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 das ist das ist was ich dann noch gelernt dreierschlag glaube ich ja drei fiese schläge für 50 mp auferstehung beliebt ein gruppen mit 1zzz tp aha was soll mir das jetzt sagen wir sind das sind das sind das aufwand 1000 unendlich viele millionen tp oder was ich glaube das soll 100 tp heißen ich mach mal kurz eben hier ich werde mal kurz eben die die skills verändern die wiederbelebung skills mal richtig einstellen sowieso eigentlich eingestellt werden sollten so wiederbelebung mit 25 prozent 25 prozent das kommt weg und 20 klein das mit 50 prozent 50 prozent also das hätte übrigens mit 100 prozent wiederbelebt und nicht mit 100 hp ja also nicht eingestellt war ja bin ich einen kreuz in wenn er nämlich für wiederbelebung skills einstellt das tot mitgemacht wird dann rechnet er dass ich ein prozent um den den die den den basis effekt der da steht um ein hp an klickt dann in der hp als als wiederbelebung dingsbums wunderbelebung und dann nochmal 100 prozent so wie es eigentliche maker gedacht ist so appley fertig richtig eingestellt das habe ich schon bei reis ins eifel richtig eingestellt übrigens weise war das da da hat er die meisten begeben er wissen einfach nicht dass das deshalb gemäckert dass du rechnet also dass der diese skills umwandelt sage ich mal also dass sie die so ihr wisst was ich meine so auferstehenden wiederbelebung da habe ich ein ach egal die restlichen scheißern kann die auch auf der zeichen vergessen so ist doch schon wesentlich besser bei 50 prozent hp so was tragooner und bistreiter was konnte hier bitte für gegner aber du sagst gar nicht so ein goku habe ich erwartet bei dir dass du da auf einmal irgendwas schreibst übrigens lustig wie die fliecher in der luft schwimmen glaube ich so ein bisschen das sind auch fallen für diese sechs bereits glaube ich die da gerade verwendet werden weiter wie viel die geben auf einmal erfahrungen kram ein bisschen bei der für 30 alter hier lohnt sich ja das level sich das ja richtig meine fresse kommt man sich auch mal vor wir haben eine steigerung von 0 auf 100 vorher haben die nur 2300 pg geben auf einmal geben sie tausend beträge und tausende gold und was sich was klaus ebene 30 30 flamme feuerbälle und buschfeuer randorf level 29 orkan kombo rubens level 29 tausend strachen mal was wollt ihr denn noch alles lernen du hast das irgendwas gelernt oder ich zog gerade smash kann deshalb nicht so gut zuhören also bis smash so ich werde mal schoko cross ist machen bis später mach das ich bin hier wieder alleine mit keiner zuhört mein mutter ist irgendwas gelernt oder doch nicht du hast gelernt feuerbälle zwei feuerbälle verbrennenden gegner und buschfeuer alle fahrende werden bei 500 grad gegart what the fuck so kloster was gelernt und krankombo viel zu effektiv der spiel zu leicht was zum hanker geht hier ab worte und du tausend drachen viele drachen attackiere die feinde viele drachen attackiere die feinde und ich gut kenne deutsch ich habe deutsch gemacht bei lotterie ja ich bin sehr begeistert alte das wird immer grottiger das spiel einmal tarot karte war in der truhe tarot wird anders geschrieben oder was wo tarot karte bitte auch da unten steigert magische fähigkeiten ok das kann nur sie das können die markier verwenden ok dann kannst du das einfach mal bei baum so du bist doch nicht alleine wenn der anderen smash spielt und nur so halb zuhören kann naja ne ich habe doch gefragt welches smash denn endlich einfach mal oder hast du das schon mal gesagt wenn mich jetzt gerade nicht daran erinnern weil ich so viel merken ich muss nur so viel merken von so vielen leuten wer alles hat und wer und alles ist es mehr stellen nicht zufälligerweise das video oder wahrscheinlich das 3ds glaube ich da hat es doch das 3ds gehabt und daher ist es sowieso dann fällig und ja ich habe gestern erst wieder gespielt video aber nur so solo ich weiß nicht irgendwie ich bin ja schon den video teilerlich weil ich generell nicht so oft an der video spiele weil halt ich will halt alles irgendwie aufnehmen wollen und so und wir sind hier flammen das ist halb weniger die pforte nach scheiß mentos also sind wir doch noch nicht den scheiß mentos ok schaut ihr diesen schönen brunnen an toll was warum sind wir flammen was soll das ist das für ein random shit sind verborgene seelen ja er sei verborgen aha so verborgen seid ihr so verborgen weil ihr noch nie in eurem leben warum nicht hier ein ding von selder ich glaube das ist auch selder oder ist es aus kirby keine ahnung ich bin verstört ich ja ich freundin ich habe als wichtiges vergessen oh gott scheiße ich habe vergessen den den ich spiele ich schon mal spiele seit ungefähr 35 minuten würde ich sagen acht stunden übrigens bisher spielzeit super dieses spiel und ruhe und ich wollte noch scheiß mentos ich habe euch den Weg dahin öffnen. Dazu müsst ihr mich aber erst besiegen. Was? Ich bin eure letzte Prüfung. Scheiß Mentos wartet. Ich werde nicht sterben. Seelenfresser. Seelenfetischist. Seelenfetischist. Was dumm. Das ist übrigens der Spray vom Omega Weapon aus Final Fantasy VI. Glaube ich zumindest. Und das ist jetzt die Boss Fiend von Mystic Quest Legend. Okay, du hattest 3er Schlagweite, dein Stärkest ist momentan. Du bist auf... Ne, du heilst erstmal durch. Alle heilen. Du machst ein Aucahn-Kombo. Du machst 1000 Drachen. Oh Mann, das geht sogar auf alle. Endlich mal. Hattest endlich mal richtig eingestellt. Das geht sogar auf alle. Oh yeah, geil, danke. Und der macht ordentlich Schaden, das gefällt mir nicht. Die, 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 die... Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab ist noch irgendeine attacke wie das andere vieh habe ich glaube ich nicht ihr werdet euch erst mal ein paar magietränke reinschrubben so einmal zweimal dreimal so in den in den genaue bereich abgerutscht ist aus 250 knapp überlebt wurde folgt alter ist nämlich verarschen es macht auf amazon sohn 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 da war ein gewisser typ wohl ein ziemlicher fall finden zum uns das beilfälle ja oder er wusste nicht